Wie angekündigt stehen wir hier oben auf dem Berg und begeben uns jetzt mal ganz langsam, im Sprint-Tempo, auf diese Stadt zu und werden sie von hinten überrollen. Ding, 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 dü, 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 dü. Ich finde dieses Neigen cool, Neigen cool, Neigen cool, da hab ich das Gefühl, ich würde Schlitten fahren, Schlitten fahren, Schlitten fahren. Ach, ist das schön. Nein, 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 Zombies, 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 Bombies, Zombies, 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 ich hasse euch. Ich hasse alle Zombies gleich, die sind so scheiße wie nichts auf dieser Welt sonst. Denn Zombies sind es halt, und die sind Kacke, Kacke, Mathe, Watte, Kacke, Watte, Mathe. Wieso hab ich eigentlich keinen Ton mehr an, Ton mehr an, Ton mehr an, ich hätte gerne Ton an, Ton an. F, F, F. Wieso kann ich dieses Scheiß auch schon fahren? Wieso kann ich das auch nicht? Ach, das hat auch gar keinen Sprit mehr. Scheiße. Tankstelle, 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 da war dringend eine Tankstelle. Ich brauch dringend irgendwas zu essen hier. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Erstmal hier Ton anmachen, irgendwie, äh, Settings. Wieso kann ich denn darin sterben? Was ist das denn hier? Machen wir mal lauter hier. Äh, was ist das denn jetzt hier für ein Blödsinn? Mit meinem Ton. Ah, da ist er wieder. Ich hab ihn ausgemacht. Ja, das war... Oh, nö. Oh, nö, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, nö. Kann ich schwimmen? Klar kann ich schwimmen. Aber bringt mir schwimmen was? Das weiß ich nicht. Ich schau mal grad, ob wir irgendwo hier uns vielleicht doch ne Waffe holen können. Äh, da, 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 da. Inventory Tap Back. Welche Taste ist denn Tap auf der Tastatur? Da, das ist Tab. Wir haben eine Taschenlampe, Schokoladenriegel und eine Apfeldose. Wie können wir uns denn eine Waffe machen? Das ist jetzt die Frage. Keine Ahnung. Aber wir haben schon mal gefunden, wo wir uns Sachen craften. Das ist auch gut. Können wir irgendwie einen Baum abbauen oder sowas? Das ist schön, dass irgendwie diesen Baum hier und dadurch können wir dann Holz bekommen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber lasst uns erst mal am besten zu unserem Ort hier zurückkehren. Der war zwar gefährlicher als alles andere, aber ich habe das Gefühl, sonst finden wir ja auch hier nichts. Ah, das ist ein verlassener Ort. Nein, das sind auch Zombies. Das könnte ganz und gar als... Wieso kann ich eigentlich so gucken? Als Horror-Adventure durchgehen. So, dann pürschen wir uns mal ganz vorsichtig an. Krass. So, und... Sprint! Sprint. Sprint, 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 Sprint... In den Hammar verstecken. Und wieder in unsere Liege-Position. Ohh! U, ei, u, o! Ist ja den, ist ja den wir raum... Going to be Там! Oui, yo, oi ! Euch auf dasа, was man selected denn ich habe? Ist jetzt etwas, was ich gebrauche? Wieso respawn ich immer irgendwo nirgendwo? Das gefällt mir doch gar nicht. Meine Güte hier, Walter Verfalter. Aber die Map scheint ja echt riesig zu sein. Kann man die sich vielleicht auch irgendwie angucken? So. Sprint, jump, lean, drop, second, right, left, oh, ach, was weiß ich. Emoji. Ah, ja. Okay. Surrender, point, wave. Was ist das? Krass. Aha. Wie krass. Ja, gibt's das denn? Ist das geil? Weil das ja ein Multiplayer-Spiel ist, kann man sich dann mit den anderen... Ah, wie geil. Das ist wie bei, wie bei, wie bei, wie bei, hier, Dings, Daisy, da kann man sich auch mit den anderen so verständigen. Man kann hier sogar Voice over IP reden. Oh, krass, wie geil. Das muss ich dringend im Multiplayer mal ausprobieren. Wie geil. Das muss ich dringend im Multiplayer ausprobieren. Wie geil ist das denn? Wie geil. Nur der einzigste Mist ist, dass jede verkackte Stadt von Zombies befallen ist. Ah, ah, jetzt hab ich meine Taschenlampe hier. Was ist das? Mein Schokoriegel. Und das? Milch. Okay, sehr schön. Wir sprinten uns erstmal wieder weiter vor. Auch geiles Deutsch, wir sprinten uns vor. Zombies, 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 Bombies, Plombies, Zombies, Ties, da, 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 da. Zombies, ihr tut mir nichts. Ich hab auch keine Angst. Ich bin stärker, ich bin stärker als, äh, als, als, als. F, 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 hier. Ein Radio-Tiefer-Strahlt. So, kann ich irgendwo hier mein Inventar angucken. Oh ne, ich hab doch grad so ein geiles Ding hier. Sorry, unknown recipe. Equip. So, das ess ich jetzt. Bringt mir jetzt irgendwas Energie? Ne, ne? Schade. Das wär ja zu geil gewesen. Äh, oh, 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 oh. Ganz ruhig, Leute. Wir haben es fast geschafft. We are almost there. Da, komm. Fast run, 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 run. Nein! Schnell, schnell, schnell! Wir haben gerade noch eine Waffe, wir haben gerade noch eine Waffe. Zwei? Ha, krass! Geil! Die sind hinter uns! Drück doch R! Meine Fresse! Oh nein, wieso ist die Waffe schon leer? Äh, Semi-V. Nein! Jetzt sind wir doch gerade so gut gewesen. Das kann doch echt nicht die Wahrheit sein hier. Schlafen Zombies nachts vielleicht? Das ist jetzt meine Gelegenheit, hier dieses Örtchen zu plündern. Okay, Leute, wir sind leider schon wieder tot und, ähm, ja, ich glaube, das bringt uns jetzt hier heute Nacht auch nicht mehr so viel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage auf ein freundliches bis zum nächsten Mal und das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben oder lasst ganz im Kahn ein Abo da.